Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Schauspielschule Kassel. Mein Name ist Sebastian Rückert, ich bin stellvertretender Schulleiter. Du interessierst dich für den Beruf des Schauspielers? Oder willst einfach mal wissen, was genau an so einer Schauspielschule überhaupt gemacht wird? Dann bist du hier genau richtig. In Zukunft werden wir auf diesem Kanal immer wieder kleine Clips veröffentlichen, die zeigen sollen, was wir genau tun, die Unterrichtsrecher. Und natürlich halten wir euch auch auf diesem Wege über Aufführungen und Projekte auf dem Laufenden. Abonnieren lohnt sich also.